äh herzlich willkommen zu einer neuen folge warhammer vermentite in times und so ratten klatsche auf deutsch gesagt das war so schön so ganz toll marius das war eigentlich ja es war scheiße das stimmt das würde ich unterschreiben ach das war der kackdschungel könnt ihr mal in space ingenieurs einen kampf machen warhammer vs star wars vs star trek in der theorie möglich in der praxis und warum hat die politik noch nichts gegen den klimawandel unternommen tja das war mal vor merkel wir sind wir sind so dermaßen hinter unserem klimaziel ist unglaublich aber hauptsache der emissionshandel läuft hauptsache wir haben noch ein bisschen was was wir in den markt streuen können was geld bringt das schiff soll nicht weg das schiff soll nicht weg nein bleib auch bei mir schiff was warum man stirbt dabei das war schade ne viel spaß gut geklackt möchtest bei dir nur meinen stream sehen ich bin tot ne so ja oh schade eigentlich wo ist default player gib alles default player wird gleich von der ratte da lass dich nicht hucken und marius hängt voll hinterher marius kriegt nichts geschissen ey es wurde vergast ich will holz fällen hier ah holz fällen sehr gut so und der nächste baum zack oh verpiss dich default player da oben ist what the fuck da war nicht da kommt direkt die ogre ratte läuft bei euch sehr gut sehr gut ne da hab ich keine bock zu ne 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 da hab ich absolut keine bock zu ne ne du bist weg ne du hast keine bock mehr ja dann komm uns mal retten ey ja mach ich okay auf wiedersehen oh shit einfach nein nein oh shit oh das ist aber fies ey das da aufhängen das ist richtig richtig fies junge junge okay das war ne schöne niederlage tatsächlich dann sind wir nur die besten ja ich wusste nicht dass man mit ner Kilo schweren rüstung nicht schwimmen kann ich auch nicht ich dachte der klammert sich wieder am steg fest ne dachte ich auch machen wir morse garten nein wir machen hier erneut suchen komm erneut suchen ne jetzt sind schon zwei bei morse garten na gut dann machen wir morse garten ne wertung 105 immerhin ey erlittener schadenhunden der bin der beste we've got a problem there's something in the water ich find wir haben das ganz gut gemacht jordan niemand niemand konnte wissen dass nach der ersten kurve der die oga ratte kommt nein ich wusste es nicht und hinter der oga ratte lagen dann ja seien und ich gefesselt und gebonditscht war voll geil ne hat sie so gefallen wie mir hammer senpai please be hard to me imperialer sternzerstörer versus unil class versus galaxy class ja galaxy class finde ich super ich mag die galaxy class nicht ehrlich gesagt echt nicht irgendwie nicht keine ahnung das ist mir so ein monstrum ja voll geil junge ist ja auch das die galaxy class ist ja auch das schlachtschiff unter den unter den föderationsschiffen ja ist klar aber ey ich hab den menschlichen föderationsschiffen wohl gemerkt okay wir kommen hier nirgendwo nicht rein alle laufen wir nach ok ach ja wir mussten ja da hinten da irgendwo runter ne hier hier genau hier hier rein aber ich guck trotzdem hier um die ecke und findst drei würfel ja nee aber ich find munition ich find verbandszeug ja wofür das denn ist ja nicht so als wenn wir grad das spiel gestartet hätten hallo ha du bist gestorben ihr macht das gut ihr macht das gut ok wir müssen hier also hier steht foliante sammeln zwei stück bei mir steht das jetzt oben rechts headshot wuhu gut gemacht marius qwerty ist jetzt der kleine dicke zwerg ok gut ich hab grad mal erstmal ne hook red erledigt was von jemand anders welchen hat oh was dann sieht er sich blöd sich um wenn ich schießen will der penner ah was mit ihm alter geh weg ja oh meiner glaub wir müssen hier runter bin mir aber nicht sicher ups wupsi dupsi also hier ist ja auch die treppe ne sonst ja die coolen springen gleich runter ins verderben ja ja macht man ja auch so ne that's right einfach ich finde diese map immer verwirrend oh fuck fuck ich glaube ich gehe gleich noch um 3 uhr duschen oder so ich war vorhin duschen 3 uhr ja warum so spät ja warum nicht wenn ich mir gleich eine xxl schnitzel in eine pfanne haue dann muss ich ja danach noch duschen aber willst du zu arbeiten fahren? schnitzmann um halb acht fahre ich zur arbeit die auch immer an was? die auch immer an von von wo bekommt die afd so viele stimmen? aus dem östen jawel jawel kapitalist schweine läuft das hatte schweiengericht das kommt gar nicht aus dem östen kommt von überall außerdem wird auch nur gewählt damit sich mal was verendet in der politik tut ja ähnlich alternative für deutschland natürlich denn die wollen nur das beste für deutschland also davon abgesehen ne wenn wir jetzt mal wieder ernst werden wollen ist ja die reaktion was merkel gezeigt hat so unfassbar lächerlich dass ich dass ich sie am liebsten am liebsten ganz doll schütteln möchte das ist unfassbar die cdu die cdu verliert ich glaub 8% ihrer wähler 8% ihrer wähler das sind über eine million menschen die sie weniger wählen und und merkel stellt sich da hin und sagt also also an meiner politik hat das jetzt nicht gelegen nein alter also ich hab ja alles richtig gemacht ey da kriegst kotzen bei jeder andere weißt du der hätte wahrscheinlich zurücktreten müssen von all seinen ämtern aber aber mutti mutti merkel ich hab alles richtig gemacht aber merkel ja so ist Botschaft ne ja ich bin zum kotzen alter finde ich zum kotzen echt naja andererseits ist ein bisschen die sache was würdest du an an politikers stelle machen würdest du stärke zeigen und sagen ja gut wir machen trotzdem weiter oder würdest du sagen das war kacke wir machen jetzt eine volle kehrtwende und da ist ja die politik so eingefahren dann machen wir ja nicht ja aber dann genau das musst du doch tun hallo jungs jungs hier läuft was ganz falsch wo seid ihr wo bin ich so ich werde mir zum sterben aufgehängt ihr müsst dann ruhig einfach mal vorbeikommen on the way hier sind ein paar also ihr müsst da ein bisschen ne gasratte ist da auch um die ecke also volles programm hier also wenn ich wenn ich wenn ich merke oder persönlich treffen würde ich würde die so gerne mal schütteln einfach mal an die schultern packen und so dolle schütteln dass ihr die perücke vom kopf fällt oder das blut aus dem ohr kommt na 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 also bitte blut aus dem ohr ja geil hau mich härter senpai äh leute ich brauche nur munition ich auch ich habe nur noch 7 Schuss das ist ein bisschen zed für die ordre cheers für die ordre cheers still alive ow i have not bad i have just run alive wo geht es denn eigentlich weiter ich weiß nicht da wo du bist ich bin hinter dir oh wir sehen dass du zuletzt irgendwo in der ecke rumgelatscht bist so wie du äh äh ammunition auf dem table hab ein foliant gefunden 1 von 2 geil ammunition auf dem table offentarlo im da Es gibt ammunizierung hier. So hier? Bleib auf! Es ist eine Gäste. Eine Maske. Verwärts auf den Punkt. Gäste, Digg! meine sind das dahinten zwei stück auch noch ich schieß einfach mal blind hat geklappt und das noch nicht vergessen ich habe ja einfach mal zurück hier habe ja einfach mal ein pfeil ins in den anus geschossen mit anlauf ja man sagt doch immer durchs arschloch ins auge warum jetzt nicht und er hängt ja wie geil ich hab den einfach mal an der mauer angeschossen jetzt hängt er da an der mauer das ist ja cool gemacht da wir einfach hier weil wir alle so schön schießen können oder was ja nächste welle dass wir auf dass ich auf bis jetzt auf springer ist auf die hecke und dann hier drauf gerade hat es auch ohne heck zu mir oder wo auch schon ein paar ich traf keine karte da auf ihre olingas für an den sturm wird was basis schiff versus exekutor exekutor gewinnt glaube ich basis schiff haben keine schilde erwischt weitermachen ich glaube die volks player fühlt sich ein bisschen gelangweilt also die frage basis schiff gegen exekutor auch wenn ich da nicht im thema bin würde ich mal behaupten dass die exekutor gewinnen würde weil ein basis schiff wird niemals irgendeine schacht gewinnen weil es basis ist nein das stimmt ein würfel oh mein gott ist noch ein zweites finden hier echt zwei ich habe nicht darauf geachtet wir müssen zwei finden wochen ist an der wand du hältst wache ne junge du hältst wache der hängt ein bisschen der lässt sich ein bisschen gehen der hängt ab der hängt ab der hängt ab der hängt ab eine ziemlich düstere gegend hier da unten ist ne antiker schlachtschiff versus borg kubus das würde mich allerdings wirklich mal interessiert ob die borg sich gegen drohnen an anpassen könnten weil drohnen umgehen ja schutzschilde die ignorieren schutzschilde ja da unten ist ne brandbombe willst du sie haben aber ich trau mir nicht runter zu springen das erstmal als ich da vorher ganz runter gesprungen bin war hier oben noch was ganz cooles so lorentechnisch ja ok ich glaube hier ist nichts mehr ah schade außer spiel ist nichts gewesen oh bist du gestern na toll ich bin gerade runter gesprungen hätte ich ja noch holen können sag mal warum trifft er nicht wenn ich direkt auf die ziele ja das probleme mal oh ich hab ihn gezweiteilt das ist nice attentäter oh das gibt es nicht wo kam er jetzt her irgendwo aus der ecke hier ist munition hier ist ein fass viel munition oder einmal munition viel das gefällt forever forever ammunition forever and ever and ever and ever ever frag mich ob man rein ammunition also hier unten liegt auch munition aber einmal ein weg munition man und hier kommt nicht noch mal der wischig Oh man! Der Zwerg ist in Bedrängnis! War in Bedrängnis! The Pirates ist da oben in Bedrängnis! Quatsch! Alles safe! Hat mich eher hochgehypt bei den Jungs Unverwundbare Krähe der Unverwundbarkeit! BamBitch! Sie duckt sich auch noch, wenn ich angreife! Wow! Wenn ich mit einem Pfeil drauf schieße vielleicht? Auch nicht! Nein! Wenn ich mit einem Pfeil auf einen Rahmen schieße, kommt eine zweite! Was? Schade. Ja, zwei gehen nicht. Okay, ich komm mit. Ja, das weiß ich doch nicht, Space Marine. Woher soll ich denn... Von soll ich wissen, wer gewinnt? Ich kenn das antike Schlachtschiff leider nicht. Sonst könnte ich die Frage wahrscheinlich beantworten. Wir müssen immer noch ein zweites Folianten finden, Kinder. Könnt ihr mal? Ja, ich... Hier ist ein Stärk... Äh... Interessiert nicht, wer warm vor die Hände. Oh, Anteater! Anteater! Wow! Der Barrett ist bei dir. Ne! Oh! Ich wurde ja angeschossen. Barrett ist nicht bei dir. Doch! Alter, guck mal! Ich hab den... Ich hab den Pfeil genau in sein Auge geschossen. Ei, der hat aus. Hey, Headshot! Ich nehm den Eingang hier. Oh, Mann ey! Du blöde... Du blöde Waldtranse! Leute! Wo seid ihr? Ja! Ja! Wir mussten halt noch ein bisschen... Wir mussten noch ein bisschen regeln, Herr Saiyan. Bleibt doch mal... Geht hier darin! Wo kommt man da? So, ich konnte mich hier ein bisschen heilen, ist schön. Heim mich auch mal bitte. Ja, danke. Also hier sind schon mal keine Folianten, leider. Schade. Ja. Hab die Wellen gerade übrigens gern für euch geregelt. Hier liegen Bomben. Gern ein Problem für mich. Oh ja. Komm mal ran, hier noch ne Bombe. Ich hab noch eine. Achso. Ich nicht. Ich will haben... Ah, eine sogar ne Brandbombe. Ist ja noch schöner. Geil, ja? Brandbomben sind mir die liebsten Bomben. Er hat unser Default nämlich gerade mal ausgetauscht. Er wollte ne normale Bombe haben. What the fuck, alter! Die... Die Kleinen hatten hier noch nicht normal, ne? Die Kleinen, die so groß sind wie du? Ne, die Kleineren. Oh, Antäter hinter mir. Von mir. Von mir. Du mir. Wo? Mist. Du Ficker. Wow. Die hat sich grad einfach mal durch den Steinboden gegraben. Das wollte ich sagen. Verstehe. Nur noch einen Schuss, das ist ja deprimierend. Auf die Steps. Ja, danke. Ab die Steps. Weiß ich. Wäre ich nicht drauf gekommen. Treppen sind zum Laufen da. Danke. Okay. So. Letzten Schuss sind voll eingesetzt. Hier ist noch Ammo, Ammo und ne Bombe. Geil. Ammo nehm ich, Bombe bräun ich. Morgen. 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 Morgen Kinder, wirst du was geben. Oh, ein Grabber. Ein Grabber. Er ist tot. Oh. Werden dumme Rattenmenschen. Weee. Guck mal da. Das nehm ich mal eben. Und wobei, Default, Default brauchst eigentlich mehr. Das hab ich mir gedacht. Oh, den wollte ich machen. Das wolltest du immer an. Den weg snacken. Ne, ist nicht. Das ist die Tür. Einen Moment. Ah, einer von drei? Kenners? Ja. Was denn? Hier geht's weiter, glaub ich. Einfach unnötigerweise hab ich mal einen gesnackt. Von hinten. Die Warnung kriegt meine Freundin nicht. Der geht einfach nur trocken rein. Der war fies. Aber ich fand ihn witzig. Ich hab letztens so ein Bild von Mia Khalifa gesehen. Wo, wo drüber steht, dass diese Frau für, für anal 25.000 Dollar kriegt. Und derjenige es schade findet, weil seine Freundin nicht meine Warnung. Es war super witzig. Habe ich ein bisschen gefeiert. Das war so halbwitzig. Aber in dem Augenblick, wenn du es liest, war ich nicht so. Ne, ich fand's super. Das ist ein bisschen gefeiert. Geht auf einmal weg, die Typen. René fragt, warum verbietet man nicht einfach rechte Parteien? ...demokratie auch die Idioten dürfen was sagen. Geht eigentlich. Oh! Loa! Find's eigentlich schon wichtig, dass es rechte Parteien in unserem Bundestag gibt. wo ist der kollege achtung kinder hier oben hier oben in der bucht und bei den kerzen schreien hier verkackt ich habe ja so ich sagen einmal außen rumlaufen und hieran von wo laufe ich von hier oder auch kommen ja einfach die leiter hoch hier wo ist der leiter und so ist ihm zu einfach da ist der leiter der stelle wurde immer runter fällst ist ja einfach hier ist eine lore auch da the black black part 3 ich verstehe klingt wie ein porno hier ist eine kiste der keine aufgemacht und da ist ein polian stärketrank stärketränke hat der heiltrank auch oh nein super verdammt zwerg kommt zu mir zwerg kommt zu mir ich komme muss den ganzen weg noch mal rennen hat sie richtig weg da ist von dir ich muss jetzt noch mal nämlich echt noch mal den geht weg von mir krisader klasse was ist imperial äh stellen zerstörer tatsächlich würde ich da auf die krisader klasse tippen dass die gewinnt die kriser der weist wie gesagt ich habe mich gerade geheilt bitches wir sind ja munition wäre mir lieber Geht noch was zum heilen? Ne doch nicht, hat sich die Folgen geschnappt. Oh, ich hab einen Folien gefunden. Nimm mit! Und behalte es! Ich muss mich erstmal heilen. Ich bin hinter dir, du halbe Portion. Ey, so nicht. Oh nein, der Meuchelmörder, schnell heiratet mich! Heiratet mich? Ja, geschaut, wenn du möchtest. Ey, er ist weg, er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. Boah, Kinnhaas ey. Der Zwerg sagt, we need to go this way. Aber hier waren wir schon. Der Zwerg lügt, haut niemals einem Zwerg. Ich würde ja hier in die Treppen hochgehen. Ah, das entfiehlt sich? Du Penner! Oh, der Kistchen. Was denn? Ne, ich meinte, ich meinte die Gasratte. Oh. Oh, Meuchelmörder. Oh Gott, oh Gott. Hab ich gekriegt. Ich check noch ein bisschen die Umgebung ab, ehrlich gesagt. Ich hoffe noch mal auf den Würfel. Ja. Ich auch. Wir haben sich hier aber hübschers gekocht. Was sag ich dir, du? Oh. Oh, ich bin tot. Oh. Ne, verwandtszeug. Ach ne, dann nehme ich eins. Zieh. Ohpala, das wollte ich nicht. Hier, wir müssen bestimmt hier durch. Wir können nicht um die Säule herumgehen. Das wusste ich nicht. Säule? Welche Säule? Die hab ich gleich mit weggeschesselt. Warte. Oh, hier sieht's cool aus. Also du bist so klein, ich hab gar nicht gesehen, dass du fehlst. Er hat klein gesagt. Hallo. Oh, hier Unterarmulation. So, hier haben wir glaube ich Probleme. Die Hauptkammer hat die meine Güte. Hier kriegen wir nämlich gleich, glaube ich, richtige Problem wegen shaky Reds. Ja. Und Gatling Rats. Das war scheiße schwer beim letzten Mal. Da kommen wir natürlich nicht rum. Okay. Oh Gott. Alles klar. So. Hier lang. Hier lang. Wo laufe ich eigentlich lang? Boah, ich bin so behindert, man. Warum? Verrits, Munition immer slack. Attentäter. Attentäter irgendwo. Okay. Wow, hier haben wir zwei sogar. Verband! Der hat sich gerade verpufft. Ja. Kopf ab. Wow. Jetzt sind hier aber viele. Wow. Gas red, Gas red. Gas red. Oh, Attentäter! Verrits! 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 Oh. Hallo. Oh, okay. Ich bin festgepackt. Verrits war's nicht. Verrits war's nicht. Wir müssen jetzt aber langsam wirklich mal, äh... Zack. Off. Das wollte ich gar nicht. Ich hab eine scheiß Bombe geworfen. Hier geht's nicht lang. Okay, gut. Da ist der zweite, die gleich, äh... Hoffen wir mal, dass es viele leichte Gegner sind, weil dann kann ich mir noch ein bisschen hinfallen wieder. Ah! Ah! Ich bin quasi... Mal es nicht aufgeben. Gebe nicht auf. Niemals! Krieg mich niemals! Leben! Komm mal, Zweck, wir brauchen kräftige Schläge hier. Gut! Ich muss dich beschützen. Ich muss dich beschützen. Sehen. Mit der Geschwindigkeit, okay, das bringt mir gar nichts. Darauf bist du ein bisschen schneller. Ja... Wo ist die Potions? Wer hat die Potions beschrieben? Wer hat die Potions beschrieben? Hier läuft ne Attentäter rum. Alles klar. Bitte beisammen bleiben alle. Ne, war ein Kagonier, hab ihn. Kommandant erledigt. So. Kommandant erledigt. Okay, glaub ich. Wobei gelaufen und dann kommt so ne Ratte und schubst mich runter und das Foliant ist mit runtergeflogen. Nein! Doch! Wie lächer... Wie lächerlich ist das denn, Alter? Ich könnte kotzen. Warte! Ich hol dich eben. Aber das Foliant krieg ich bestimmt nicht wieder. Wow! Die Ratte ist bei mir nicht da. Oh, jetzt ist sie da. Oh, ich könnte kotzen, Alter. Nee, hab kein Poliant mehr. Jaaaah. Hilfe! Ich bin tot. Hilfe! Was? Jaaaah. Mann, 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 muss ich mich um alle kümmern. Was sei an? Hast du den Foliant? Nein, der Foliant ist am Arsch, ne? Also, ich hab einen. Aber Barrett's nicht mehr. Oh, shit, Alter. Ah, der liegt da oben auf dem Felsen. Das? Was? Da unten, ganz unten auf dem Felsen. Oh, Black Master, fuck you! Oh, oh, oh. Na ja, ja. Na ja, ja. Na ja, ja. Und schnell ich. Ihr könnt kotzen. Na egal, komm, wir gehen erstmal hier lang. Ich such hier jetzt nochmal alles ab, vielleicht finden wir hier noch einen Foliant. Ich bezweifle es aus irgendeinem Grund. Das wär ja einfach mal superlucky. Warum können wir nicht auch einfach mal superlucky sein in diesem Spiel? Also, bis jetzt? Ey, ich hab doch hier nen Würfel weggesnackt, oder nicht? Oh, heftige Scheiße. Warum sind hier so viele Gegner? Das hab ich mir auch gerade gefragt. André? Ja? Du musst, äh, komm langsam mal. Ich renne in den Wagen. Oh, oh, hier ist ein Attentäter. Und er hat mich. Ihr müsst zurückkommen leider. Na, nicht dein Scheißernst. Ha, 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 ha. Nicht dein Scheißernst. Ihr könnt mich mal wieder sterben lassen, dann komm ich einfach, äh, dann befreit ich mich einfach wieder. Ja, dann bist du noch weiter weg. Sicher? Das, das kriegen wir nicht hin, so wie der dich kalt macht. Keine Chance. Egal, ich hatte eh nichts dabei. Fuck! Jetzt hat mich ein Grappling! Oh, 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 oh. Oh nein, jetzt ist der Attentäter. Sieg! Hä, was? Sieg! Ja. Wahrscheinlich, weil einer, wahrscheinlich ist unser Default-Player im Wagen geblieben. Und deswegen... Nein, ich war im Wagen. Du warst im Wagen, okay, gut. Du warst die feige Sau, okay. Was soll's. Alter, ich hatte ein HP vielleicht. Yes, zwei Würfel. Wir hatten immerhin zwei Würfel. Und eine Seite aus dem Booster-Überlieferung. Zwei? Ein Würfel? Ne, zwei. Ne, zwei. Ein goldener Einmalmalen. Und nur ein Folian. Ach doch, doch da unten. Das ja, alter. So, warte. Okay. So. Attacke. Digga! Sechs! Sechs Würfel! Ich hab einen! Dieses Scheiß-Spiel verarscht mich doch, Mann! Grimmiger Stab des Flammenmeers. Mit Hagel des Verderbens. Chance von 5-15% das Geschoss beim Abfeuern dieser Waffe, um zwei Projektive aufzuspalten. Ohne Raserei. Chance von 3-10% nach dem Töten eines Gegners. Die Angriffsgeschwindigkeit für 40 Sekunden um 5% zu erhöhen. Für kurze Zeit wird keine Munition verbraucht. Aha. Seit wann brauchen Stab-Munition? Gar nicht. Hm. Das kannst du doch re-rollen. Re-rollen. Jaja. Der verbraucht ja nur Magie und dein Leben, wenn du es übertreibst. Naja. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Dieses Spiel fuckt mich ganz schön ab gerade. Bis zur nächsten Folge. Bis da dahin! Tschöööö.